So ein narzisstischer Computer. Ja gut, das hat sich jetzt wohl erledigt. Jetzt nimm einfach seinen verdammten Beutel. Ich muss warten, dass der Lottere-Zar, um zu gehen, bevor ich ihn stehle. Ah, das macht Sinn. Dann gehen wir jetzt hier wieder in die Höhle. Und sagen dem Jungen, was passiert ist. Ich bin sorry, deine Mutter ist tot. Ich weiß. Ich bin sorry, meine Mutter will nur für mich interessieren. Aber du. Was wird dir passieren? Keine Essen. Keine Lottere-Zar. Einerseits nicht gut. Warum nicht hier nicht weg? Es ist eine schlechte Idee, um zu gehen. Viertel, die mich aufhören. Er wird sich an die A.M.-Maschine gegründet. Ich kann dich nicht interessieren. Ich habe meine eigenen Probleme. Du interessierst. Du kannst nicht alles tun, aber du interessierst. Ich weiß nicht. Ich wünsche, dass ich die Lotterie aus dem Platz verhindern konnte. Viele Viertel gehen zu einem alten Mann für Ideen. Schade, dass er kein Freund ist. Schau, ich werde was ich kann, aber keine Prozesse. Danke. Ich wünsche dir. Oh, das war er nicht. Hier lang... Äh, hier. Die war's. Und red nochmal mit ihm. Aber so richtig. Mit anklicken. Er dreht sich um... Er dreht sich um... Oh, okay. Ja, ja, ja. Ja, ist schon gut. Gucken wir mal bei den Gräbern vorbei. Hier irgendwo... Hier ist der... Weg, da ist der Weg. Ich kümmern ja jetzt hier... Das war schon vermutlich nicht. Oh. Oh. Die Bühne in meinem Gehirn kam von deiner Schuhe. Ich habe gelernt, dass sie kümmern zu denjenigen, die zufrieden sind. Was passiert auf dem Altar? Du hast nichts verändert, was ich sehen kann, Commander. Ich sollte eine Bühne in dein Gehirn setzen. Wie du mit mir hast. Was kann ich tun, um zu prüfen, dass ich ein anderer Mensch bin? Gib uns Proven von deiner neuen Empathie gefunden. Was kann ich mit ihr? Oh. Was hätte ich denn im Alter machen sollen? Hätte ich sie selbst aufessen sollen? Was hätte das gebracht? Wäre ich dadurch besser gewesen? Ich hätte doch quasi gar keine andere Wahl. Meine Tour der Daube ist fast vorbei. Aber weil ich dein Gehirn wusste, hast du meine Kopf unter dem Wasser, bis ich gerollte. Dein Gehirn sterbe mich mit mir. Und es wird bald mit dir sterben. Two of duty ghosts or graves. Yeah, yeah, that's probably going to happen on all of a sudden. Who is Brickman? I believe that I am a different man. Give us evidence that you have some sympathy for others. These aren't Vines, they're electrical wire. There's burnt glass. I wonder if they're going to... There's nothing here I... There's nothing here I can eat. Aber du hörst mir nicht zu. There's nothing here I can eat. There's nothing here. Dann, dann weiß ich auch nicht. Jetzt. Hier ist auch nichts mehr, wie es aussieht. Dann werde ich jetzt... Dann bringe ich dem noch mal eine Frucht, weil ich kann nicht diesmal den Stock nehmen. Vergiss es. Nein. Drück die Höhle. Nein, vergiss es. Es ist zu schmerzhaft. Ach Gott. Ah, Mama aus dem Himmel. Ich habe zwischen seine Arme geklickt, oder? Unglaublich. Hallo? Tatsächlich. Also nicht schlecht. Akkurat ausgeschnitten. Hut ab. So. Auf jeden Fall. Ich denke, er will mir meine Frucht in einem Basket. Neh, Fruit Basket. Reloaded. So. Ähm. Dann. 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 Benutze die Frucht jetzt mit diesem Fruit Basket. Okay. Blablabla. Ah, er kann sowieso nicht essen. Hahaha. Haben alle gelacht. Über den armunfähigen Benny. So, jetzt nimmst du dieses Stück Holz, soweit ich hier sitze. Ach, ja. Ach. Ist doch vollkommen irrelevant jetzt. Dann. Hier. Äh. Wir müssen noch mal. Das Stück da. Ah. Mama aus dem Himmel. Dann gib jetzt dem Jungen noch mal diese tolle Frucht. Der hatte was zu essen, dann freut er sich. Oh, danke für das Essen. Ja, bitte. Ich wünsche, ich konnte den Gott stoppen. Das ist viel. Many villagers. Ich brauche. So, dann werde ich jetzt erstmal kurz speichern. Äh. Ähm. Äh. Gott. Ja, das ist nicht. Oh, halt. Warte, nicht überspeichern. Das ist keine gute Idee. Wobei es irrelevant wäre. Oh, was soll's. Oh, was ist hier? Äh. Ah. Jackpot. So, dann werde ich jetzt, äh, erneut Resten. Hm. Ich weiß nicht, wann der nächste Säckchen kommt. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, dass ich die Lotterie aufzunehmen könnte. Viele villager... Ja, aber der alte Mann, der will nicht richtig. Schau. Ja. Ah, 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 nein auch nicht... Cool. Dann nimm jetzt sein Säckchen. Dieses Lack ist voll mit vielen weißen Marbeln und einem schwarzen Lacken. Ich denke nicht, dass du... Ich habe den Lottere-Lotter aus dem Village-Elder gebrochen. Du bist brav! Du hast eine Lottere-Lotter. Aber du musst sie schlafen, oder sie finden sie. Ich kann es nicht schlafen. Der Grund ist zu hart. Ich habe den Lottere-Lotter. Keine mehr Villager werden gebrochen. Hm. Zeig die Lottere-Lotter zu Thomas. Ich habe den Lottere-Lotter. Keine mehr Villager werden gebrochen. Du hast beobachtet, dass du dich für andere kümmern kannst. Und das ist etwas besser. Lass die Lottere-Lotter in die Erde. Wir werden es behalten. Wir verabschieden dir, was du dir für uns getan hast. Aber wir können nicht für deine sehr tragische Begründung sprechen. Brickmanns Grave ist unter diesen Weinen. Hier ist es. Brickmanns Grave. Hallo, Commander. Ich bin nicht genau so glücklich, dich wieder zu sehen. Ich habe letztendlich dein Gesicht gesehen, bevor ich es in den Augen getroffen habe. Das Gesicht genau zwischen die Augen. Jesus. Ich habe dich nicht schlafen, Brickmanns Grave. Du hast mich nicht schlafen? Du hast das für mich getan. Du hast mich verabschiedet, weil ich nicht mit deinen Ständen verabschiedet habe. Dann hast du die Lottere-Lotter. Ich habe die Lottere verabschiedet. Das ist nicht wahr, dass ich jetzt Kompassion habe? Du hast vielleicht für den aktuellen, Commander. Aber du hast noch in der Vergangenheit in der Vergangenheit verabschiedet. Was kann ich tun, um dich zu machen, Brickmanns Grave? Du musst das Vergangenheit verabschieden, Commander. Ähm, okay. Ja. Was kann ich... Du hast... Äh, vielleicht ist ja irgendwo ein Gegenstand, der sich Vergangenheit schimpft und... Den muss ich dann vergraben. Untertitelung. BR 2018